Yo Leute, Was geht ab? Europstart und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den lustigen Diss- bzw. Kontersprächen. Heute zusammen mit Was geht Leute? Mein Name ist Lotte, Danny, B-B-B-Bönich. Und ja, ey. Ich liebe dein Intro, Alter. Ja, welche hasten es, welche lieben es. Ich hab mich dran gewöhnt. Ich hab das früher, ich hab das so früh schon geguckt, ich glaub, da hat selber noch gar kein YouTube gemacht, Mann. Okay. Ja, bei mir, es war so eine komische Idee, es stand kurz in den Kommentaren damals irgendwie, mach doch mal so ein Intro und dann hab ich es auch Spaß gemacht und irgendwie mochten es die Leute. Ein paar haben es auch wirklich gehasst und ein paar hassen es immer noch, aber es kam im Grunde und Ganzen dann doch irgendwie gut an. Und ich hab am Anfang gedacht, was hab ich da für ein scheiß Intro eigentlich, ich will das ändern. Aber dann hab ich gesagt, nein, das ist mein Intro und das will ich behalten und seitdem ist es irgendwie geblieben. So muss das, aber korrekt. Und ja, wir haben heute wieder einen ganzen Haufen von den lustigen Counter, beziehungsweise Dich sprüchen am Start. Und bevor wir jetzt starten, schau dir auf jeden Fall mal bei Danny's Kanal vorbei. Danny and Justin, erster Link in die Videobeschreibung. Da haben wir nämlich auch ein Let's Blade zusammen gemacht von dem Spiel Mount Your Friends. Das Spiel kann man ja verlinken. Das Spiel kann man ja verlinken, das Video. Das ist eigentlich kein richtiges Let's Play gewesen, eher so ein Battle gegen Danny. Das war auf jeden Fall das Spiel. Ist, glaub ich, so richtig dumm, aber das macht einfach übel Spaß. Und schau dir auf jeden Fall mal vorbei, erster Link in der Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Aber Danny, geh bitte in die Ecke, stirb. Aber sei leise, ich hab was zu tun, okay? Okay, okay. War das der erste Witz? War das der erste? Ja, Mann. Das kam schmuck da an. Okay, Moment mal, sollten wir uns gegenseitig wissen, oder? Ja, nee, lese einfach vor, ist egal. Okay, okay, ich bin so, ich bin kein guter Witzerzähler, okay. Als Kind hat jedoch deine Mutter ein Kontrett umgehängt, damit wenigstens der Hund mit dich spielt. Aber Danny, guckst du, muckst du, Zähne spuckst du. Die sind so flach. Und du sowas auf der Straße zu irgendeinem sagst, die hauen dir direkt auf die Fresse, Mann. Okay, das würde ich nicht mal bei der Wette machen. Schau mal im Lexikon unter Arschloch, da ist dein Gesicht eingebildet. Dein Gesicht ist wie ein Hausschuh, reintreten und wohlfühlend. Denk er nicht schon, denk er nicht schon. Ja, der ist gut, Mann, der ist gut. Deine Mutter googelt bei Yahoo. Der war ja mal so flach, Junge. Wie bist du nach deiner Abtreibung eigentlich aus der Mülltonne gekrochen? Der ist fies, Mann. Okay, das Problem ist, guck mal, wir haben auf denselben Seiten geguckt und davon gibt es gar nicht so viel. Ich habe so, ich habe versucht, so viel zu lesen, aber es ist wirklich schwer, so richtig Gute zu finden. Aber okay. Ich versuche sie richtig flach vorzulesen, weil ich finde, Flachwitze sind die witzigsten. Okay. Ähm, okay. Äh. Darf ich dir ins Gesicht pissen? Mir ist die Wand zu schade. Oh. Rasiert, Alter. Pass auf, pass auf. Sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst. Haha, du hast einen nackten Mann geküsst. Sag mal, warte, 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 warte. Das ist einfach so geil. Sag mal, Sandkasten. Äh, Sandkasten. Du bist ein Hurensohn. Okay. Junge, das ist so viel. Jetzt, das war der Beste, den ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber bei dir kann die Titanic-Fam Arschloch packen. Boah. Ich liebe Arschlochwitze, das kann ich dir sagen. Spaß, Stefan. Pass auf. Ich muss keine Disse gegen dich einwenden. Mein Freund, der Spiegel übernimmt das schon. Blatt, Alter. Du hast ein Gesicht wie ein Feuermelder, reichschlagen, bis es klingelt. Wenn mein Hund dein Gesicht hätte, würde ich ihm seinen Arsch rasieren und beibringen, rückwärts zu laufen. Ich verstehe den nicht. Hä, was? Weil dein Gesicht zu hässlich ist, würde er den Arsch rasieren, damit er aussieht wie ein Gesicht. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, okay. So einen dummen Kopf. Okay. Wenn ich deine Fresse hätte, würde ich lachend in eine Kreissäge laufen. Du musst dir das mal bildlich vorstellen. Aber, Digga, Danny, du hast drei Probleme. Erstens, du wurdest geboren. Zweitens, du lebst noch. Und drittens, du tust nichts dagegen. Schee. Dein Atem stinkt echt so, dass wir uns auf deine Pfürze freuen. Yo. Raste aus, Mann. Deine Zähne sehen aus wie meine Diener. Schwarz. Nein. Okay, Weif hat mir gesagt, dass auf seinem Kanal auch viele schwarze Witze ihr das hier so viele findet. Deswegen habe ich auch eins ausgesucht. Was ist eine Blondine zwischen zwei schwarzen? Eine Milchschnitte. Aber das muss es schon bei dir gegeben haben. Das muss es schon bei dir gegeben haben. Ich bin so echt übelst glücklich von meinem Ammonent. Ich meine, ich habe einfach krass viel schwarzen Humor. Aber ich sehe echt kaum irgendwie Kommentare, die da rein... Leute reinschreiben, du scheiß Rassist oder so. Ich denke mal, viele verstehen das einfach. Ich bin alles andere als ein Rassist, Mann. Aber, ähm... Ja gut, es gibt halt immer auch die Leute, die denken... Es ist halt wirklich witzig. Was? Es ist halt einfach witzig. Ja, es ist halt einfach so. Es müsste mehr Witze über Weiße geben. Dann wäre das, ich glaube, auch so ausgleich. Ja, Mann. Okay, pass auf. Wenn dein Gesicht auf einer Briefmark erscheint, würde die Post pleite gehen, Alter. Den habe ich damals mal gehört. Okay. Ach, der wurde schon zu dir gesagt, oder was? Ja, schon öfter. Jedes Mal. Dann gleich. Okay. Deine Mutter passt schon. Nur nicht durch die Tür. Aber denn jetzt mal Hand aufs Herz. Wenigstens bin ich kein Versager. So wie das Kondom deines Vaters. Oh, wie das? Verdammt! Dagegen habe ich nichts anzuwenden. Oh nein. Der ist immer geil. Oh, was soll ich dagegen tun? Sterben geht. Das mit der Titanic war schon echt nice. Ähm. Okay, ich glaube, ich habe nichts mehr. Okay, pass auf. Warst du eine Analgeburt, oder warum siehst du so beschissen aus? Schiech! Okay, mal gucken. Habe ich noch einen? Habe ich noch einen? Es ist echt. Es ist echt. Nein, ich habe keine mehr. Ich habe zehn Stück. Nein? Nein, ich habe keinen mehr. Okay, dann war es das. Das Ding ist einfach. Ich gucke teilweise im Internet, aber das sind halt nur die Sprüche, die ich schon mal hatte. Und ich habe auch keinen Bock, immer jeden Spruch der Fünfer vorzulesen in einer neuen Folge. So, dass ihr die eigentlich schon alle kennt. Aber ich fand beim letzten Video echt cool. Ich habe meinen jetzt alle eigentlich nur aus den Kommentaren. Schreibt auf jeden Fall mal ein paar Counter- oder Dis-Sprüche in die Kommentare. Da kann ich mir immer was raussuchen. Das ist halt einfach mega chillig, weil da muss ich halt nicht jahrelange im Internet rumsuchen, bis ich wieder ein paar neue habe. Ich denke mal, meine ganzen aktiven Abonnenten wissen ja schon welche, wir hatten welche noch nicht. Wenn ihr welche kennt, schreibt es mir in den Kommentaren. Das finde ich auf jeden Fall mega cool. Und schaut auf jeden Fall über Danny noch mal vorbei. Und auch mal mit dem Let's Play. Ja, bei mir auch wenn ich, ich lade das wahrscheinlich auch hoch. Dann schaut auf jeden Fall bei der Vive vorbei. Er macht nur sowas. Und also nicht nur sowas. Minecraft und viel von sowas, ne? Ja. Ja genau, es ist ziemlich, ziemlich lustig. Und ja, korrekt. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch danke an dich, Danny ist dir jetzt zeigt mir noch was. Kein Problem. Korrekt. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Und ja, haut rein. Ciao. Ciao. Was geht, Leute? Mein Name ist Lo-T-T-T-T-T-T-Danny-B-B-B-B-B-Nich. Und willkommen zu allem, Leute, im Commentary auf meinem Kanal. Und das ist ein...